Was ist das? Der braucht eine Tür. Blockiert. Wow. Delilah. Wo deine Mutter im Bett mit deinem Vater lag und dich geboren hat. Wo sie von Daud und seiner Bande ermordet wurde. Der Ort, der unser beider Leben zerstört hat. Jetzt heul doch nicht so rum, Delilah-Mensch. Mir gefällt der Klang, wenn sie auf den Boden fallen. So zart und so fein. Der Anken, die wir vom Dach gestoßen haben, hat mehr an diesem Geschirr als an ihren verfaulten Knochen gelegen. Sie bat uns, nichts mehr zu zerbrechen. Oh bitte, nicht das. Das ist über 100 Jahre alt. Nein, nein, das gehörte Kaiser Johan Jacob Colvin. Das war ein Hochzeitsgeschenk. Je älter es ist, desto lieber zerbrech ich es. Ja, warum eigentlich, frage ich mich. Noch ein Geheimnis. Du kannst jetzt nicht tatsächlich so sitzen bleiben da, oder? Ist ja mega fies. Komme ich noch niemals dahin. Nee, perfekt. Oh Gott. Wann sonst? Als ob sie als einzige wüsste, wie man schwarz alle Hände sammeln muss. Hey, hey, hey. Hör auf, mich anzuschauen. Wo ist die andere? Wo ist die andere hin? Die steht da. Könnten wir das jetzt ganz schnell machen, wenn ich mich jetzt dahin porte. Dürfte mich die eine nicht sehen. Ich kann die dann sofort... Oh shit. Natürlich sehr, sehr praktisch. Ist da drinnen, verdammt. Luft ist feucht. Schwer. Könnte einen Sturm aufziehen. Okay, dann alledig ich sie einfach so. Ohne gleichzeitig. Das funktioniert auch so. Zack. Okay, kurz abspeichern. Wunderbar. Gute Nacht. Tuch. Ja, okay. Eine Feige. Und eine Karotte. Nämlich auch gerne mit. Nein. Hier ist nichts. Was ist das denn hier? Hier war ich beim ersten Mal spielen nicht. Hallo? Oh. Okay. Ich hab gar nicht gesehen, dass sie in der Tür ist. Oh, verdammt. Nein, sie ist tot. Die Arme. Alles verfault. Das kann ich aber noch essen. Was ist das denn für ein Weg? Ah, okay. Auch sehr cool. Coole Wege. Also es gefällt mir echt, dass es hier so viele Wege gibt. Hallo? Seltsam. Diese Bewegung. Wie ein Mann. Äh. Wiederum auch nicht. Scheiß Maschine ist da. Oh. Gewonnen aus dem Fett der Riesen im tiefen, eiskalten Wasser. Das hat nichts mit der Magie unserer Herren zu tun. Alles andere als vom Nichts berührt. Könnten Sie nur aus Knochen, wie die Grabwunde? Delilah könnte es. Es ist Brianas Hilfe. Sie war immer so geschickt im Umgang mit Knochen. Ja, aber Brianna ist jetzt abgeschnitten von Delilahs Magie. Jetzt kann eine andere von uns ihr Liebling werden. Okay, hier möchte ich ehrlich gesagt nicht entlang gehen. Da möchte ich nicht entlang gehen, das ist mir zu heikel mit der Maschine. Da ist noch einer, guck mal. Gleich noch überall rum. Oh, wie viele es sind. Verdammt groß hier, also pass auf, wir gehen wieder zurück. Ich gehe wieder zu dem Punkt, wo ich weiß, wie ich das machen muss. Also hier entlang. Und zwar hier hoch. Hier hin. Gemächer des Schutzzern. Das ist Corvos Zimmer. Daddy. Und Mami. Oh. Was haben wir hier alles? Laufen viele Hunde rum? Dann gehen wir dann lieber nicht entlang. Was haben wir hier? Sind das die Toiletten? So eine Gemeinschaftstoilette? Ekelhaft. Bäh. Das könnte ich gar nicht, sowas. Ne, hier ist... Echt nichts Spannendes, oder wie? Kerzen aus. Nö. Hier scheint es nichts zu geben. Guck mal, da hinten sind noch ein paar. Die holen wir uns gleich. Voll. Das nehme ich gerne mit. Ei, ei, ei. Soll es die nicht wieder... End machen? Mann! So, wunderbar. Wie machen wir das jetzt am besten? Hä? Äh? Oh, seht doch nicht. Cool. Geil, oder? Das ist eine geile Fähigkeit hier. Das ist aber mega geil. Scheiß Feuer. Wehgetan. So, mal kurz abspeichern. Und da sitzen die zwei. Brauchen wir aber nicht entlang zu gehen. Das sind wieder welche und eine Maschine. Weiß nicht, gegen die Maschine habe ich zu keinem Bock zu kämpfen, weil die machen so viel Krach. Sind so bösstark. Deshalb gehen wir lieber hier entlang. Hallo? Oh, ja. So. Da sind die zwei. Huh? Ja, ja. Ist mir egal. Wir gehen... So. Ein bisschen aufpassen, dass wir die Dinger hier nicht verpassen. Sind nur drei Stück. Okay. Also, dann holen wir uns die eine jetzt. Oh Gott, da ist sie wieder. Oh. So. Zack. Da ist ein... Dieses mechanische Ding ist noch irgendwo da draußen. Ich muss hören, ob es kommt. Alles gut. Jetzt bist du in Sicherheit. Sagen Sie niemandem, dass ich hier bin. Ich habe hier stillgehalten, seit das alles geschehen ist. Ihr Geheimnis ist bei mir sicher. Was haben Sie gesehen oder gehört? Nach dem Staatsstreich gab es Kämpfe zwischen den Verrätern des Herzogs und Wachen, die der alten Kaiserin noch treu waren. Dann gab es eine Feier für Delilah, kurz vor der Rückkehr des Herzogs nach Serkonos. Später führte der Aufseher einen Angriff durch, der aber misslang... Noch etwas? Anscheinend bereitet Delilah in der Ordenskapelle irgendwas vor. Wenn Sie verrückt genug sind, suchen Sie dort oder im Thronsaal. Sie und der Herzog haben sich über ein Bild unterhalten. Passen Sie auf sich auf. Ich hoffe, Sie müssen sich nicht mehr länger verstecken. Ich hoffe, Sie haben recht. Drei von uns waren hier. Genevieve wurde gefasst. Dann morgen. Nur ich bin noch da. Dann bleib versteckt. Vielen Dank für die Infos. Ich werde das Ganze jetzt hier beenden. Okay. So, noch eine Statue von Delilah. Du bist so weise geworden, kleine Nichte. Aber denk daran. Du besitzt nun Macht. Irgendjemand wird dich schon zum Schweigen bringen. Oder verbrennen wollen. Warum steht ein Baum mitten in der Kapelle? So, wir sind in der Kapelle, Leute. Hier hat Delilah irgendetwas vorbereitet. Irgendeinen Umfug betrieben. Und wir schauen uns jetzt mal an. Aua, hat das weh getan. Und wir schauen uns mal an, was sie hier fabriziert hat. Also erstmal den Audiografen anhören. Geschafft. Ich hab die Kapelle gemalt, aber einen Baum hinzugefügt. Nach dem Anordnen der reinen und fehlerhaften Rohnen auf dem Stuhl, konnte ich die Kapelle aus Stein durch die Kapelle aus Farbe ersetzen. Mit weiteren Rohnen müsste das mit dem gesamten Reich funktionieren. Das wird mein größtes Werk. Diesen Misthaufen, in dem wir geboren wurden, durch mein Gemälde zu ersetzen. Die Welt, wie sie sein sollte. Endlich wird alles vollständig in Ordnung sein. Die alte ist komplett wahnsinnig. Delilah Runenharmonie. Es war nicht leicht, die Energie des Nichts zu bezwingen, aber ich konnte Knochenrunen für mein großartiges Gemälde korrumpieren. Alle Zutaten liegen in der Kapelle bereit. Mit getrockneter Seetang und Algen aus den Gräben. Blumen aus den Gewächshäusern zu Staub und feinen Pigmenten vermahlen. Menschliche Knochen mit Infusionen aus Angst und Reue. Ich muss geduldig sein und weitermalen, bis endlich die letzte Rune in den Thron eingesetzt werden kann. In meinen Thron. Allerdings müssen die fehlerhaften Runen in Harmonie mit ihren reinen Gegenstücken stehen. Zwei fehlerhafte und zwei der reinsten. Sonst könnte die Magie des Gemäldes versagen oder sich im schlimmsten Fall gegen mich wenden. Delilah arbeitet an etwas Schrecklichen, aber ich kann es vielleicht sabotieren. Jawohl, und das werden wir jetzt auch tun. Wenn ich mehr fehlerhafte Runen herstelle, könnte ich Delilahs Gemälde stören. Sag, jetzt brauchen wir noch einen Schädel. Brauchen wir noch etwas? Nein, es funktioniert. Verschwinde. Bam, eine fehlerhafte Rune. Nice. Schauen wir mal ganz kurz, was haben wir jetzt hier für Missionshinweise. Herstellung verderbter Rune. Kombinieren getrocknet mit blablabla. Verwendet ihr diese Rune, um Delilah Corpus Boons Geheimprojekt zu sabotieren. Das ist ihr Geheimnis gewesen, oder? Okay, die nehmen wir mit. Ist es das hier, was sie gemalt hat? Das mit dem Baum? Sieht halt nicht so aus, gell? So, wo ist das? So, oder? Doch lieber da unten hin. Einfach nur ruhig weiterschleichen. Oh, wo ist das? Okay. Da oben ist die eine. Aber wir gehen das mal da entlang, weil da unten ist auch der Sicherheitsraum. Oh Gott. Scheiß Maschine. So, wir müssen nur ganz schnell da hin. Und zwar so. Kerze aus. Kerze aus. Hallo? Hallo? Sicherheitsraum. Ja, okay. Hier können wir den Fahrstuhl wieder aktivieren. Alles klar. Geht nicht, geht nicht. Ah ja, da oben. Zack, und noch eine Rude. Den Wahlöltank befinden, dann können wir ihn dann reinsetzen und... Und los geht's. Wenn der Strom da ist, kann ich mit dem Aufzug zum Thronsaal fahren. Und ein Summen befinden. Da kommt wer? Ich führe hier brennendes Fett, Schwester. Sicher? Können wir unsere Herren vielleicht die Maschine des Trauers verwecken? Wir müssen uns weit... Sicher? Das war's. Vielen Dank. So. Das war das. Das ist aktiviert. Und da oben ist es noch die... Oh, oh, oh. So, uh, das war jetzt... Ein bisschen knapp. Mal kurz hier abspeichern. Wer hat was gesehen schon wieder? Oh, Scheißhund. Nice. Richtig dumm. So. Oh, nice. Mal, weil es jetzt nicht klappt. Alles klar. Kurz, kurz, kurz neu laden. Also, jedes Mal ver... 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 Den Balken, das kann doch nicht sein. Komm, nochmal Konzentration. Ich will nur diesen Balken hoch. Der wurde jetzt schon wieder gesehen. So, wir füllen mal das Ding auf. Alter, überall hängen welche. So. Wollte ich das haben. Ist hier jemand? Okay, gut. Oh Gott, ich... Ist hier wirklich jemand? Woah. Nicht gesehen. Klingentanz. Mary-Kates Tagebuch. Der große und mächtige Aufseher war persönlich hier, als die Lila den Thron übernahm. Der Ausdruck auf seinem Gesicht, als die Emily die Falsche... Und ihren zirkonischen Vater besiegte, wird die Flamme in meinem Herzen immer brennen lassen. Seine hektische Flucht im Wissen, dass er mit anderen seines rätseligen Ordens zurückkehren wird. Im Wissen, dass sie vor uns niederfallen werden. Einfach wunderbar. Jetzt gehört der Tower uns. Danbol und Kanaka gehören uns. Bald auch die Ordensschwestern. Und wenn meine Herren ihr Gemälde fertig hat, gehört uns das ganze Kaiserreich. Mary-Kate. Nein, 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 nein. Das weiß ich zu verhindern, Leute. Ist hier jemand? Nein. Aber hier ist ein Audiograph, den wir aktivieren. Mary-Kate, was ist das denn? Bist du auf dem Land groß geworden, Teuerster? Irgendwo weit draußen. Das ist eine Audiographie-Maschine. Und was macht man damit? Damit können wichtige Leute ihre Stimmen aufzeichnen. Die Befehle eines Prinzen für den Krieg. Anweisungen einer Oberschwester. Die honigsüßen Worte eines Liebenden, der sich verzehrt. Selbst die letzten Gedanken eines Verzweifelten, bevor er von der Brücke springt. Dann wird meine Stimme weiterleben, auch wenn ich schon längst tot bin. Ja, genau so. What the fuck? Scheiß Köder, Mann. Hau ab. Danke. So, wir müssen nun... Den Weg wieder zurück gehen. Den Weg... So. Wieder zurück zum Anfang. Oh Gott. Warte. Kurz abspeichern, bevor wieder irgendwas Dummes passiert. Leerlau. Justeer Linzenfokus. Oh. Oh. Oh Gott. Da steht noch eine Maschine. Lohnt es sich für mich da entlang zu gehen? Glaube nicht. Pass mal auf. Oh. So. Okay. Ah. So, jetzt nehmen wir wieder den Gemächern von Korpo. Die Tür haben wir auch aufgemacht. Wir haben da auch gesehen, was da hinten dran ist. Interessiert uns erstmal nicht. Die zwei Hexen sind weg. Gut. Dann. Zack. So. Hier mal abspeichern. Die alle hängen da immer... Oh oh. Sehen wir uns hier mal um. Gefällt mir nicht. Ich seh mich mal um. Ja. Nice. Ja. Sollst du dich mal ruhig umsehen. Okay. Freunde. Und jetzt sind wir wieder hier. Und hier hab ich das letzte Mal aufgehört. Ähm. Und ich würde sagen, wir hören hier das... Hören jetzt auch wieder auf. Pass mal auf. Aua, Aua. Komm doch her. Na komm. Zeig dich schon. Ja, komm her. Komm her. Sehr gut. Ihr seid so doof, ey. So. Aber da bin ich immer noch nicht hingekommen. Scheiße. Wie komm ich da hin? Ich hatte gehofft, dass ich da irgendwie hinkomme, aber... Ich seh keinen Weg. Was ist hier? Was ist hier? Ah, guck mal. Nice. Aber ich kann nichts mitnehmen. Ein geheimer Raum. Hallo? Ah. Wir sind mal wieder hier. Okay. Nicht sehr spannend. Toder Körper. Nee, ich seh keinen Weg. Hier ist auch nichts. Kein so... Mausenloch. Kein Lüftungsschacht oder so. Schade. Komm. Hab ich tatsächlich das scheiß Ding gebraucht eigentlich? Was war das zum Teufel? Ja, aber... Ja, ich hab's... Ich hab's auf jeden Fall gebraucht. Geht nicht. Scheiße. Aber ich werde nicht... Da ist ein... Da ist ein Hund drin. Ich verspeichere mal ganz kurz ab und ich möchte mal kurz was versuchen. Der Aufzug ist kaputt. Vielleicht könnt ihr den Thronsaal über den Gang zwischen der Geheimkammer meiner Mutter und meinem Schutzraum erreichen. Ups. Das funktioniert, glaube ich, auch so. Da verbrauchen wir den nicht. Okay. Egal. Jetzt haben wir den Hund getötet. Das Ding ist... Zerstört, aber es macht absolut nichts. Freunde, ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass die Aufnahme geklappt hat und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Und ich glaube, das war dann die letzte Aufnahmerunde dann, die wir dann das nächste Mal starten werden. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.